Hallo und herzlich willkommen zum dritten Best-Of. Die Best-Of werden grundsätzlich aus Stream-Clips geschnitten, die meine Community für mich vorbereitet. Und ja, zunächst möchte ich euch bitten, euch alle in einer Reihe aufzustellen, damit wir angefangen können. Vielen Dank! Tschüss, Lady! Wie ärgerlich! Leuch, kann ich mal schlagen? Jetzt, okay. Skyy! Verpiss dich! Was war? Kommt noch einer! Warte, wir warten auf Benni. Wir warten auf Benni. Och, Mann! Benni, du, Kollision ist an. Möchtest du nicht einmal gegen mich fliegen? Bin ich so nett? Sei doch so nett. What?! Nicht so! Jetzt bin ich wieder am Anfang! Ernst, saft oder was?! Diese Leute, die sich eigentlich vor den Pallen bewegen. Der Wellengang ist krass. Der Wellengang ist krass! Der Wellengang ist krass! Der Wellengang ist krass! So, Dex, gib Gas! Der Wellengang ist krass! Der Wellengang ist krass! Der Wellengang ist krass! Ich bin nicht inaktiv. Mach's bewegen. Was denn? Was denn? Da ist sie! Samba! 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 Alles gut. Alles gut. Mach das. Meteorschlag. Tschüss. Oh, das war glaube ich keine flug Idee. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh, das ist so eine geile Map einfach nur. Das ist doch nicht. Ich bin letzter. Oh, das war Skill. Das war Skill. Leute, das ist real. Deins ist real. Tozza. Hi. Wir tog mich aus dem Weg. Ach so. Frog Splash! Oh! 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 Super, danke. Dropper ist frei. Oh! Oder auch nicht. Dreh dich um. Dreh dich um. Lauf weg. Hey! Oh! Ich wollte echt nicht auf die Situation. Ist das dein Scherz? Das ist dein Scherz? Das ist dein Scherz? Das ist dein Scherz? Du Angst hast. Oh! 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 Ja, Timer! Hurraaa! Dankeschön, Timer, für deinen Euro und Dankeschön für die Jumpscare-Einlage im PlayerUnknown's. Ich dachte, das wäre einfach nur ein einfaches Auto. Gut zu wissen. Door unlocked. Hallo? Okay, hier ist ein bisschen... Was jetzt? Ich hasse dich, Flock! Jetzt bin ich... ...neu anfangen! Jump, Scarecar Park. Flock, ich hasse dich. Was jetzt? Ich hasse dich, Flock! Jetzt bin ich... ...neu anfangen! Und es geht weiter. ... 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 Ich wollte davon sehen, ob das so ein Turn-A-Rod gegeben hat. Ich wusste, dass das passiert. Wens Katze, wieso überfährst du denn die arme Flocke? Ich möchte einen Roadkill machen jetzt. Moment. Erstmal nehme ich jetzt den hier. Oh. Das klickt bitte jemand auf der Stelle. Das klickt jemand, der einen Roadkill macht. Erstmal nehme ich jetzt den hier und... Manchmal denke ich zu viel ein H1-Z1, glaube ich. Gehen zurück. Wer war doch gleich der schlechte Fahrer, Deus? Super Sache, halt. Gehen zurück. Kleines upp.